Hallihallo und herzlich willkommen bei James Bond 007 Nightfire. Ja hier haben wir letztes mal aufgehört und machen jetzt weiter. Hier bin ich letztes mal kläglich gescheitert, muss ich ja leider zugeben. Ich hoffe, dass ich das jetzt besser hinkriege. Warum hat das denn nicht geklappt? Warum? Das ist doch eine andere Möglichkeit darüber zu kommen. Moment mal. Wo habe ich mich erschrocken? Das ging jetzt so schnell. Da haben wir einen Gegner. Die machen wir platt oder? Aber nicht so. Noch mehr Gegner? Ne, im Moment nicht. Achso, hier kommt man nicht rüber. Was ist hier? Gar nichts. Ah, hier ist wieder eine Leiter. Mein Gott. So geht es natürlich auch. Ne, da geht nichts. Gehen wir hier mal runter. Achso, Moment mal, da war ich doch vorhin. Da habe ich den Eindock gekillt, glaube ich. Oh, Mann. Der darf doch denn wahr sein. Nein. Also, es ist doch gar nicht so schwer, eine Leiter hochzugehen, oder? Jetzt habe ich es doch noch geschafft. Hier ist ja irgendwie gar nichts. Oder bin ich jetzt total mit Schuhe schon? Von da bin ich doch... Boah, ich erschrecke mich richtig. Komme ich hier weiter? Ne, natürlich nicht. Och, Mann, oh. Was soll das denn? Das ist echt erschreckend, wie schnell das hochgeht. Ich probiere nochmal hier. Jetzt klappt es. Mein Gott. Was habe ich denn nur falsch gemacht? Ah, da könnte ich bestimmt auch aufmachen, aber ich würde erstmal hier gucken. Ah, da sind auf jeden Fall noch Schränke auch. Aber sonst ist hier anscheinend nichts. Auf den Betten liegt auch nichts. Nein. Wo ist die Uhr? So, okay. Und wieder ein paar Panzerplatten. Das finde ich gut. Wie sieht es hier aus? Ne, da geht es nicht weiter. Okay, schön, dass ich da nochmal geguckt habe. Aha. Äh, okay. Na? Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Hat der mich direkt gesehen? Aber ist ja nicht schlimm. So, Strafe muss sein. Oh. Okay. Auch kein Problem. Ja. Das geht ja so ganz gut, muss ich sagen. Ach, da ist ja noch einer. Wenn das so weitergeht, habe ich da bald eine ganze Armee liegen. Okay. So, mal schauen, was wir hier noch haben. Erstmal Ruhe. Was ist hier los? Wo habe ich mich erschraubt? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, die Tür ist zu. Wenn da jetzt hier Gegner gelauert hätten, dann hätte ich aber alt ausgesehen. Kann man hier. Hier könnte ich fahren. Das will ich aber noch nicht. Und hier. Okay. Ah, da haben wir eine Weste. Ja, okay. Die nehmen wir einfach schon mal mit. Äh, und ähm, speichern hier. Und machen wir noch ein paar Computer kaputt. Nee, die können wir nicht kaputt machen. Die auch nicht. So, anscheinend ist sonst hier nichts möglich. Dann könnten wir ja eigentlich hier wieder verlassen. Ah, das ist die Frage. Was ist wichtiger? Was mache ich zuerst? Das? Oder den Aufzug hochfahren? Immer diese schweren Entscheidungen. Ich entscheide mich jetzt mal hierfür. Na. Komm schon. Der modernste Technik, der muss dann schneller gehen. Ach, hier war ich doch schon. Die Kamera ist auch ärgert. Klar war ich hier schon. Dann fahren wir natürlich hier hoch. Online. Fahren, fahren, fahren. Auf. Ah, was kommt jetzt? Aufzug fahren. Und schon sind wir da. Das ist die grafische Beweisung der Raketenaufrüstung besorgen. Also das bedeutet, ich soll Fotos machen. Kann das sein? Kann ich ja schon mal auf... Feuerzeug war ja auch gleichzeitig der Fotoapparat. Aber ich glaube, das ist damit noch nicht gemein. Nehme ich mal an. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Geht auch nicht. Die Musik verändert sich wieder. Wo kommt das her? Die sind hinter der Tür. Naja. Gehen wir einfach erstmal weiter. Hier kann ich irgendwie gar nichts machen. Jetzt kommen wir mal vorsichtig hier vorbei. Die geht auch nicht kaputt. Kann ich das auch kaputt machen? Ich möchte was kaputt machen, man. Hm. Gehen denn die Türen hier... Die Türen hier alle nicht auf? Jetzt geht die auf einmal auf. Die gehen auch nicht auf? Put. Computer put. Muss ich davon ein Bild machen vielleicht? Ich glaube nicht. Oh doch. Aha. Okay. Fall um. Aber hier war ich doch gerade schon drin. Oh. Ach so. Da hinten sind sie. So. Jetzt könnt ihr aber nicht mehr hier durchschießen, oder? Geht das jetzt? Hm. Geht anscheinend immer noch nicht. Muss ich vielleicht noch mehr Bilder machen? Das ist immer ein Scheiß, wenn man das nicht genau weiß. Ich glaube aber nicht, dass es da ist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Mach mal kaputt. Mach mal kaputt. Hier kann ich gar nichts machen. Hm. Oh doch, jetzt geht's. Oh, da hinten. So, okay. Der ist erledigt. Jetzt wollen wir mal schauen. So. Schauen, wen wir noch haben. Ich höre nur Stimmen, aber sehe keine Gegner. Oh. Okay, das scheint es gewesen zu sein an Gegnern. War ja noch ganz in Ordnung. Am besten. Ich kann mal nachladen, wenn wir gerade Ruhe haben. Aber dann wechsle ich auch wieder die Waffe. Hm, na. Ich bin wieder falsche Richtung unterwegs. So. Ist hier noch irgendwas? Schaut nicht so aus. Aktive Raketensilots ausschalten. Ist immer noch das Motto. Das Motto des Tages. Da müssen wir gleich hin. Ich will nochmal hier eben gucken. Oh, die geht sogar auf die Tür. Sehr schön. Panzerplatten. Nö. Das war es aber leider schon. Die kann ich ja wahrscheinlich nicht öffnen. Nein. Gehen wir mal hier hoch. Ne. Da geht es nicht weiter. Dann gehen wir halt hier wieder runter. Und. Oh, Moment. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, ich muss hier wieder wechseln. Zu meiner Uhr. Und dann schauen wir mal. Da haben wir noch ein paar Panzerplatten. Ach, die brauche ich gar nicht. Ah, vielleicht kann ich hier gleich nochmal eben zurückkommen und die mitnehmen. Ah. Scheiße. Kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Wo war der? Ey, das habe ich hier nicht erwischt. Jetzt aber. Danke, dass du dich umgedreht hast. Sehr lieb von dir. Ja, gut. Dann hole ich mir einfach jetzt schon mal die Panzerplatten. Jetzt habe ich ja einen Lebenspunkt Lebensenergie verloren. Da ist das ja praktisch. Da kann ich das direkt nutzen. So, haben wir hier sonst noch was? Kann man hier was tun? Nein. Aber zerstören. Alles putt machen hier. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie ich da hochkomme. Oder? Oder kann man da durch? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hätte mich auch gewundert. Ach, immer diese Rätseleinlagen. So. Irgendwie habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Deswegen habe ich einen Break gemacht. Und mache von hier aus weiter. Ich habe es dann doch gefunden. Ich weiß nicht, warum ich so blöd bin. Hier war ich ja eigentlich schon drin. Ich hätte ja hier hochgehen können. Ah, so ist das. Wenn man blind ist. Oder doof. Dann passiert sowas leider. Oh, da sehe ich schon die nächsten Gegner. Der andere bleibt einfach stehen. Sehr süß. Den haben wir auch. Ah, jetzt muss ich auch noch nachladen. Oh, aber die Muni wird mir knapp. Aber sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. Da hinten ist noch eine Wache. So können die weitermachen. Wenn die so schlecht reagieren. Auf meine Angriffe. Da hätte ich nichts dagegen. Ich darf aber nochmal kurz hier schauen. Aber das war klar. So. Mal hier gucken. Kann man hier auch runter? Nein, kann man hier nicht. Dann muss ich doch hier runter. So. Mal schauen, was hier ist. Die scheinen zu zu sein. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. So, hier sind wir unten. Okay, da komme ich nicht drüber. Ach, brauche ich auch gar nicht. Ich kann da einfach vorbeigehen. Das scheint auch zu zu sein. Ist hier irgendwas versteckt? Ah, komm. Wollen wir nur mal testen, ob ich da hochspringen kann. Schade, nichts versteckt hier. Nichts versteckt hier. Das ist natürlich sehr traurig. Hm. Oh, der Zug fährt ja los. Oh, verdammt. Oh. Scheiße. Die Stahlrohre und die Raketen wurden bereits geflutet. Doch die Tore sind auch nicht geöffnet. Wir müssen einen Weg zum Argetus zerstören. Scheiße. Ho, ho. Scheiße. Äh. Wo komme ich denn jetzt hier lang? Wo sind denn die Gegner? Ah, da sind sie. Ups. Warum treffe ich den denn nicht? Oh, hier kann ich raus. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh. Okay, da habe ich kläglich versagt. Ich gebe es gerne für. Na gut, dann muss ich es nochmal versuchen. Wann habe ich den zuletzt gespeichert? Jetzt aber. Los, 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 los. So, Moment. Jetzt gehen wir hier nach hinten. Und da verstecke ich mich erstmal. So. Jetzt aber. So. Soweit, so gut. Scheiße. Äh. Ach, da ist noch einer. Das ist natürlich jetzt schlecht. Jetzt haben wir nur noch einen Energiepump. Klug das. Auch gut. Nein. Nein. Noch einer. Da ist keiner zu sehen. Aber da. Scheiße. Dann treffe ich den nicht. Bei denen habe ich jetzt aber. Äh, vielleicht eine Handgranate, aber ich glaube, soweit kann ich sie nicht werfen. Oder? Ne. Okay. Da habe ich eh viel zu datemen benutzt, glaube ich. Werfen wir die mal ein bisschen hier rum. Den Müll. Den Müll. Ja, wo ist denn jetzt? Habe ich den erwischt? Ich treffe den nicht. Jetzt aber. Na also, geht doch. Das war auch die letzte Patrone, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann schauen wir mal.